Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video werde ich euch etwas über das Update erzählen, das jetzt diese Woche reinkommt. Wahrscheinlich am Mittwoch davon ist auszugehen, war ja auch die letzten Wochen häufig so, dass die Mittwochs kamen die Updates. Vielleicht ein Downtime, wobei es ja ehrlich gesagt eher nicht glaube, die letzten Wochen kamen jetzt schon große Updates. Ich gehe eher davon aus, dass wieder ein Inhaltsupdate sein wird, wo man nur ein Update vielleicht runterladen muss oder sogar wirklich gar nichts runterladen muss, dass man das dann einfach direkt spielen kann. Und ja, man sieht das jetzt schon in den Neuigkeiten, was reinkommen wird und zwar gibt es eine neue Zusammenschließung Fortnite und Avengers passend zum neuen Avengers Endgame Film, der jetzt glaube ich am Donnerstag, den 25.04. reinkommt. Ich kenne mich mit Avengers Filmen wirklich gar nicht aus. Ich habe kaum welche davon geguckt. Beziehungsweise Avengers selbst habe ich keinen geguckt. Ich habe andere Marvel Filme geguckt, aber die noch nicht. Die Reihe noch nicht. Deshalb weiß ich auch nicht, was es für Helden gibt. Und laut dem Titelbild zu urteilen, hier ist ja ein Farbenbomber mit dem Captain America Schild, ist davon auszugehen, dass eventuell nicht nur der Thanos Handschuh zurückkommt, sondern vielleicht sogar viele verschiedene Helden. Jeder kann dann irgendwie eine Rolle einnehmen und das dann irgendwie, sondern wirklich viele verschiedene Helden sind, die es dort gibt. Ich glaube, es gibt ja auch noch zum Beispiel Hulk, der ist auch bei Avengers, wenn ich mich recht entsinne, oder Thor mit dem Hammer. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Wird dann die Ablösung vom Aeroyale-Modus, der übrigens, wenn ihr die Herausforderung noch spielen wollt, und der Modus wird dann wahrscheinlich auch genauso lang bleiben. Ein Tag, 21 Stunden und 15 Minuten. Es ist am Mittwoch um 15 Uhr. Da wechseln sie, oder generell um 15 Uhr wechseln sich häufig die Limit-Time-Modes. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, wie dann der neue Limit-Time-Mode wird. Wie gesagt, er kommt am Donnerstag raus. Und wirklich viele Informationen gibt es dazu nicht. Und zum Update generell wird sicherlich auch noch eine neue Waffe oder so reinkommen, oder irgendein neues Item. Dazu ist allerdings noch nichts angekündigt. Und wenn euch dieses kleine Informationsvideo gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und Like, da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.